Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte startet die Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Reisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir uns auf dem Bord anbord und dass wir uns zu deinem Lieblingsstelle heute kommen können. Before wir starten, wir wollen uns ein bisschen Informationen über die Fahrt übernommen. Die Wearing von Seatbelts ist compulsory anbord der Bord. Therefore, bitte, dass ihr Seatbelt fast in der ganzen Bord übernommen. In der Seatpocket in front of you, you will find our Information Card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rare boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboarding... ... ... If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit Flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by e-mail to give us feedback about your... And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy travelling with Flixbus. Do you know the reliability? Let's look at what you're feeling. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich kotze gleich. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sonntagsfahrer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Noch schneller und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Dann können wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020